Die muss doch irgendwie aufgehen, wenn ich die Maske mitnehmen kann. Oder kann ich da was vorschieben? Ach, WTF, was muss ich hier machen? Hm, ich dagegen schieße. Tja, dann müssen wir uns was anderes überlegen, glaube ich. Wir wissen auf jeden Fall, dass die im... Halle der Verzückung. Ah, guck mal, hier ist was. Kann ich auch nichts mitmachen. Hä, okay, komisch. Hier, jetzt muss ich irgendwie runterkommen. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Was hast du gesagt? Das war klar, dass sie mich jetzt gehört hat? Nicht gut? Bleibt die draußen? Ich muss halt runter. Okay. Ach, lass mich in Ruhe. So, ich glaube, hier könnte noch so eine Maske drauf sein, ne? Fuck, dass ich die schon hab. Kaufmann, Speicherpunkt. Gehen wir mal hier hin. Geh ich richtig und dann hier rein. Das war das, wo ich schon überall war, ne? Gut. Wie komm ich in den Konzertsaal rein? Kann ja nur hier sein eigentlich, ne? Genau, perfekt. Und hier muss ich nach oben. Sehr gut. Ach, ne, Digga. Wann kommen sie alle? Okay, jetzt irgendwas an. Das war jetzt nicht so schwer. Weil du scheiße zu mir bist. Kann nicht dein Ernst sein. Warum? Warum? Warum tust du das? Ein Traum. Nur ein Traum. Es ist so kalt. Lass mich. Oh, ich hab kein Gehen mehr. Ich will nicht sterben. Du musst. Aber ganz kritisch jetzt. Ganz, ganz knapp. So. Ich glaub, wie viel waren das? Drei, ne? Dann hab ich ja alle drei. Aber irgendwas muss hier noch drin sein, was ich noch nicht bekommen hab. Rot ist nicht fertig. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Ach hier. Nee. Noch mehr? Kann ich eigentlich hier wieder was herstellen? Erste. Perfekt. Immerhin eins. Ja, kein Plan, ne? Okay, hier haben wir ne Maske. Atelier. Was gibt's hier? Gemälde der Lady. Okay. Warte, wir entriegeln erstmal die Tür. Das sieht doch auch ein bisschen komisch aus. Und macht Geräusche. Na gut. Ah, hier. Das kann ich bestimmt kaputt machen und dann geht das Tor nicht mehr runter oder so. So. Ob ich damit was machen muss? Jetzt brennt das Ding. Hä? Wie? Warum brennt das? Lass die fünf. Was? Lass die fünf Glocken erklingen. Zwei. Drei. Bin ich blind? Hier. Drei. Vier. Eine fehlt noch. Ach, Digga. Okay, es geht eine Tür auf.